Jo 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 und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Wir sind hier gerade am Trauben ernten. Und zwar... Ich sehe nichts. Hm. Hm, wir fahren jetzt hier mit dem Trauben ernten hier. Nein! Keine aus sind die Trauben. Voll. Egal. Sonst können wir immer, Leute. Ich auch. Ich bin schon voll. Ich fall als erstes ab. Okay? Ja. 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 Dann komm. Zu den warten wir jetzt mal hier bis er kommt. Wann kommst du denn? Wo? Okay. Ey, ich war nicht kaputt! Also Leute, am besten mal ein Abo und ein Like da lassen. Ne, Glocke aktiviert nicht vergessen. Und ja. So, leider haben wir hier. Hier ist es. Fangen wir mal hier her. Sorry Leute, wenn ich mit meinem Freund rede, den könnt ihr zwar nicht hören, weil ich mit dem Handy aufnehme, weil mein Live-Vortrag nicht klappt, auf der PS. Deswegen spiele ich den einfach so. Ich hoffe, es ist für euch okay. Lass bitte ein Like da. Dann kann ich euch noch mal ein paar Videos zeigen. Ja, warte. Das tut so leid. Mhm. Also, ich glaube Leute, es ist ja nicht so interessant. Machen wir für heute Schluss. Und ich zeig euch gleich noch ein Video. Bis dann. Tschau. Das unbedingt Like da. Tschau.